In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man trigonometrische Gleichungen mit Hilfe der Additionstheoreme lösen kann. Als erstes wollen wir uns natürlich diese Additionstheoreme anschauen. Es gibt zwei Additionstheoreme für die Sinusfunktion, einmal mit Plus und einmal mit Minus und zwei für die Cosinusfunktion, ebenfalls mit Plus und einmal mit Minus. Wie man diese Theoreme verwenden kann, sehen wir gleich anhand von ein paar Beispielaufgaben. Die erste Beispielaufgabe wurde mir zugeschickt von einem Benutzer dieses Kanals und ich finde sie sehr passend an dieser Stelle. Nach ein paar gelösten Beispielaufgaben kriegt man eigentlich ein Gefühl dafür, welcher Additionssatz man wann braucht. Weil das die erste Beispielaufgabe ist, gehen wir ein bisschen die Sache anders an. Ich zeige euch schon im Voraus, welcher Additionssatz hier Sinn macht. Und jetzt versuchen wir die Gleichung so umzuformen, dass wir das auch nutzen können. Und das heißt an dieser Stelle, dass wir die ganze Gleichung zuerst durch 2 teilen. Wieso das sinnvoll ist, sehen wir ja gleich. Entsprechend haben wir dann vor dem Cosinus, da steht sowieso eine unsichtbare 1, und haben wir dann 1 halb Cosinus von x plus Wurzel 3 halbe Sinus von x und das Ganze ist dann 1. Jetzt solltet ihr euch daran erinnern, dass 1 halb und Wurzel 3 halbe besondere Werte der Sinus- und Cosinus-Funktion sind. Zur Erinnerung, habe ich hier rechts nochmal eine Tabelle eingeblendet. Wenn wir diese Werte suchen, dann werden wir sie hier finden bei Pi Drittel. Also wenn x Pi Drittel ist, dann sind das die Werte für Sinus- und Cosinus. Das bedeutet, ich kann jetzt statt 1 halb einfach Cosinus von Pi Drittel vorne schreiben. Also wir haben dann Cosinus von Pi Drittel mal Cosinus von x und statt Wurzel 3 halbe kann ich dann Sinus von Pi Drittel schreiben. Also Sinus von Pi Drittel mal Sinus x ist gleich 1. Und ich glaube, spätestens jetzt ist es gut erkennbar, wie dieser Additionstheorem zu verwenden ist. Also wir wollen das Ganze als Cosinus von x minus y zusammenfassen. Wobei in unserem Fall x eigentlich Pi Drittel ist und yx ist. Also die neue Gleichung, die dabei entsteht, lautet dann Cosinus von Pi Drittel minus x ist gleich 1. Und die einzige Frage, die sich hier noch stellt, ist, für welchen Wert von x ist die Cosinus-Funktion 1? Das können wir entweder rechts in der Tabelle sehen oder auch am Schaubild der Cosinus-Funktion hier mit blau dargestellt. Also wir sehen am Schaubild für x gleich 0 haben wir den Wert 1 hier. Und natürlich erkennen wir das auch hier in der Wertetabelle in der ersten Sparte. Also muss Pi Drittel minus x 0 sein. Das bedeutet, wir formen dann nach x um, plus x. Und dann haben wir Pi Drittel ist gleich x. Und damit können wir dann auch die allgemeine Lösung angeben. Das heißt Pi Drittel plus k mal 2pi. Wobei k diese Laufzahl ist, Element von z. Das sind die ganzen Zahlen positiv und negativ. Also diese Lösung wiederholt sich immer dann nach der ganzen Periode. Deshalb diese k mal 2pi hintendran. Schlussfolgernd können wir dann sagen, neben dieser Additionstheorem brauchen wir natürlich auch sehr oft die besonderen Werte der Sinus- und Cosinus-Funktion, die ihr meistens in der Wertetabelle findet oder sogar am Schaubild ablesen könnt. Um zum Schluss noch eine kurze Aufgabe, wo wir auch mal ein Additionstheorem für die Sinus-Funktion benutzen werden. Und zwar dieser hier. Ja, genauso wie vorher sollten wir daran denken, welche besonderen Werte Wurzel 2 halbe für Sinus- und Cosinus-Funktion sind. Und das finden wir wieder raus anhand unserer Wertetabelle. Also Wurzel 2 halbe haben wir hier bei Pi Viertel. Übrigens, ihr braucht ja immer den gleichen Wert für den Winkel zu haben. Also x muss immer gleich sein. Deshalb schaut ihr immer so spaltenweise rein, was gerade passt. Und dann haben wir praktisch statt Wurzel 2 halbe vorne, haben wir dann Sinus von Pi Viertel mal Cosinus von x plus Cosinus von Pi Viertel mal Sinus von x. Und das Ganze ist natürlich 1. Und natürlich könnten wir hier auch die Terme vertauschen und Additionstheorem für Cosinus benutzen. Aber ich wollte 1 für Sinus an dieser Stelle nehmen. Gut, dann fassen wir das Ganze zusammen als Sinus x plus y. Entsprechend ist bei uns x Pi Viertel und y ist natürlich x. Dann haben wir Sinus von Pi Viertel plus x soll 1 sein. Und jetzt entweder anhand der Wertetabelle oder mit dem Schaubilder der Sinus- und Cosinus-Funktion. In diesem Fall brauchen wir natürlich die grüne Kurve, also die Sinus-Funktion. Schauen wir, für welchen x-Wert wird die Sinus-Funktion 1. Also Sinus-Funktion ist 1 an der Stelle Pi halbe. Und das sehen wir natürlich auch anhand der Wertetabelle. Deshalb können wir hier vereinfacht sagen, Pi Viertel plus x ist gleich Pi halbe. Dann bringen wir Pi Viertel rüber mit Minus-Pi Viertel. Und wir haben dann für x Pi halbe, Minus-Pi Viertel sind natürlich Pi Viertel. Die Lösung können wir dann auch noch verallgemeinern. Plus k mal 2pi, also wieder die Periode hinten dran hängen, k Element von z. und damit wäre auch diese Aufgabe fertig. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt bereits erkannt, neben den vier Additionstheoremen, die ich am Anfang gezeigt habe, braucht man zu lösen dieser Gleichung auch noch die Schaubilder der Sinus- und Cosinus-Funktion, beziehungsweise wenigstens eine Wertetabelle. Dann ist es natürlich nicht verkehrt, wenn man auch die Eigenschaften von trigonometrischen Funktionen kennt, also Verschiebung, Streckung, Spiegelung und so weiter. Und es gibt auch noch andere interessante trigonometrische Gleichungen, die man mit Hilfe des Hauptsatzes, beziehungsweise mit den Doppelwinkelformen lösen kann. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.